Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video am heutigen Freitag. Momentan traden wir bei ungefähr 17.400 US-Dollar und es sieht ganz ehrlich nicht wirklich gut aus. Wir haben noch Unterstützung unter uns. Welche Level jetzt auf jeden Fall halten müssen und was wir vielleicht sogar fürs Wochenende erwarten können, schauen wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal genauer an. Bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe, Link wie immer unten in der Videobeschreibung und gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Gut, und damit verlieren wir jetzt auch nicht so viel Zeit und zwar wir traden wie gesagt momentan bei ungefähr 17.400 US-Dollar. Wir sind momentan in einer stärkeren Support-Zone. Hat einfach den Aspekt, ihr seht hier, wir hatten hier Widerstand, hier, 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 sind dann impulsiv nach oben hin ausgebrochen und traden jetzt hier eben in dieser Support-Box. Wir haben auf dem 1-Stunden-Chart schon den 200er SMA, den 200er EMA getestet, sind aber unter die EMA Ribbons gefallen. So, momentan Long-Position plus minus 0, habe ich ja gestern dazu geschrieben, dass ich hier gestern einen eröffnet habe in diesem Bereich hier unten. Trotzdem sieht das meines Erachtens wirklich gut aus. Wir haben noch etwas Downside-Potenzial zumindest. Wir haben ja hier unseren Abtrend von unseren 15.500 US-Dollar bis hier hoch immer wieder angetestet und da sind wir auch nicht mehr weit entfernt. Das heißt, ich kann mir noch mal gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall noch mal in diesem Bereich runterkommen bei ungefähr 17.200 US-Dollar. Aber die Abwärtsdynamik ist halt doch ein bisschen stärker als angenommen. Liegt nämlich auch daran, kurzer Blick auf den DXY, haben wir ja darüber gesprochen, ich glaube Mittwoch schon zur Fettsitzung, dass hier oben die Ineffizienz auf jeden Fall gefüllt werden sollte. Die wurde dann auch gefüllt. Wir hatten einen ordentlichen Pump beim DXY mittlerweile hingelegt. Wir sehen jetzt hier wieder so eine kleine Korrektur. Wichtig wird, dass wir jetzt hier kein höheres Hoch eigentlich bilden, weil das ist dann schlecht für die Märkte. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die traditionellen Märkte blicken, auch hier S&P 500, deutlicher Abverkauf. Dow Jones, schauen wir auch noch mal ganz kurz rein. Auch hier deutliche Abverkauf. Wir sind jetzt unter dem Golden Pocket, also haben den Support verloren. Und es kann auch hier noch deutlich tiefer gehen, denn hier unten liegt noch eine weitere Ineffizienz bei ungefähr 32.600 Punkten. Grob geschätzt jetzt einfach mal. Ja, es sieht nicht gut aus und das kann natürlich auch Krypto noch deutlich, deutlich nach unten ziehen. Wir schauen uns mal ganz kurz auf den Daily Chart an, wie es hier aussieht. Da sehen wir auch noch mal ganz gut, dass wir weiterhin, wie gesagt, auf diesen Abtrend sind. Wir haben noch mal eine kleine Demand, beziehungsweise so einen kleinen Orderblock hier in diesem Bereich bei ungefähr 17.082 Punkten. Das wäre jetzt noch mal so die letzte Rettung. Der andere wäre hier schon angetestet worden bei 16.800 US-Dollar. Ich sage jetzt mal so, die 17.000 US-Dollar sollten halten, weil ansonsten sehen wir uns hier wahrscheinlich sehr, sehr schnell in dem Bereich der 16.500 US-Dollar. Mit einer Korrektur, sage ich mal, dann wieder nach oben, also so ein korrektives Hoch und dann deutlich tiefer. Also es sieht auf den kleineren und auf den größeren Timeframes momentan wirklich nicht gut aus. Zumindest spricht jetzt nichts dafür, dass wir hier einen größeren Pump nach oben hin sehen. Wir machen mal ganz kurz den Traders Reality Indikator an. Wir haben weiterhin natürlich unsere Vector Candles hier unten in dem Bereich der 16.500 US-Dollar, beziehungsweise 16.400 US-Dollar. Wir haben dieses Void hier drüben noch, was es zu füllen gibt. Und wir sind jetzt ziemlich genau da, wo wir die Woche begonnen haben. Also Weekly Beginn, sage ich jetzt einfach mal, war bei ungefähr 17.150 US-Dollar. Und es ist auch so die Zone, die da meines Erachtens auch halten sollte. Also das ist jetzt unser so letzter Zugstein, wo ich jetzt sage mal, okay, wenn wir hier noch einen Bounce sehen, ist es okay. Und dann schauen wir mal, wo das Ziel ist. Momentan habe ich jetzt mal das FIP-Level gezogen. Warte, wir machen mal ganz kurz den Indikator wieder aus. Von unserem High zu unserem Low würde das FIP-Bot ungefähr, also das Golden Pocket-Bot ungefähr 18k liegen. Ob wir da überhaupt hochkommen, wage ich momentan zu bezweifeln. Deswegen wäre der erste Take-Profit hier oben in der Region um 17.650. Ich würde sogar ein bisschen eher hinlegen, also in dem Bereich der 17.600 US-Dollar und dann sofort den Stop-Loss auf Entry setzen, weil es wirklich nicht gut aussieht. Also was jetzt so die Märkte vorgeben, klar, wir hatten gestern schon einen großen Abverkauf. Kann auch sein, dass wir heute so eine kleine, in Anführungszeichen, Relief-Rallye kriegen mit einem korrektiven Hoch. Aber wie gesagt, gut sieht es nicht aus. Heißt erstmal, erster Step 17.600. Können wir uns hier nicht stabilisieren in diesem Bereich und versuchen dann nicht mal das Golden Pocket zu erreichen, ist die Chance deutlich, deutlich höher, dass wir eben unseren Support brechen. Und dann mindestens erstmal die 16.900 antesten, wenn nicht sogar dann eben die 16.500 US-Dollar. Also wie gesagt, Weekly Close momentan nicht so wirklich geil, als wenn wir jetzt von Montag bis Freitag reden. Klar, wir hatten unser schönes Hoch hier zur FED. Wäre eigentlich das Wunschszenario, dass wir uns das noch holen. Aber wie gesagt, man kann ja nicht alles haben. Kurzer Blick noch auf Ethereum, weil hier gefällt mir dieser ganze Zyklus ein bisschen besser. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe ja damals darüber im Traders-Reality-Video darüber gesprochen, oder was ein Vektor-Candles, dass wir immer so drei Zyklen haben. So, und bei Ethereum sehen wir das Ganze deutlich genauer. Wir hatten unseren schönen doppelten Boden zu Wochenbeginn. Wir hatten einen Push, wir hatten zwei Pushs, beziehungsweise da dritten. Und dann hatten wir noch diesen dritten Push, was meistens eben dieses Doppeltop ist. Und seitdem haben wir eben so eine fünfteilige oder dreiteilige Korrekturbewegung, konsolidieren jetzt hier unten eben in diesem Bereich zwischen Golden Pocket und 0.786. Also von der Wunschkorrektur haben wir bei Ethereum schon das Ziel erreicht. Und wir sind auch genau hier, wo unsere Psi-High und Psi-Low-Range, also genau diese Range eben hier liegt. Wir halten uns momentan gut. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die erste Long, die ich hier oben gesetzt habe beim Golden Pocket, die ist jetzt ausgestoppt worden. Die zweite, die hier unten bei 1.267 getriggert wurde, die läuft noch mit einem Stop-Loss bei ungefähr 1.251 US-Dollar. Also unter diese 1-Stunden-Demand-Zone. Wenn das danach bricht, Leute, dann geht es auch hier deutlich tiefer. Aber wir haben zumindest für den heutigen Tag eine kleine Chance, zumindest ein Korrektives hochzubekommen. Auch bei Ethereum so ungefähr 1.284. Dafür müssen wir aber erst mal durch dieses alte Golden Pocket wieder durch und durch den 200er SMA auf dem 1-Stunden-Chart. Also wir haben eine Menge, Menge Widerstände vor uns. Wir haben einen starken US-Dollar, der die Märkte dann auch nochmal deutlich nach unten drücken kann, jetzt vor dem Wochenende. Wir können nochmal ganz kurz auf die News am heutigen Tag dazuschauen. Warte mal, muss ich erst noch aktualisieren? Habe ich mal wieder nicht gemacht. Wir haben, warte mal, wir haben doch heute EZB, glaube ich, auch News. Wir haben einerseits Verbraucherpreise in der EU. Was noch rauskommt, 10% Prognose. Glaube ich jetzt nicht, dass die so hoch werden, aber gut. Gut, dann, ja, sonst USA wenig. Also News-Technisch sollte heute wenig Einfluss zumindest mal kommen. Gut, EZB-CPI-Daten werden vielleicht noch ein bisschen interessant, aber juckt jetzt, glaube ich, die Kryptos- und US-Börsen eher weniger. Wenn die positiv ausfallen, könnte es eher nochmal so einen kleinen Push geben, auch dass der US-Dollar nochmal ein bisschen zurückfällt. Aber ansonsten ist die Richtung erst einmal ein bisschen Downside mit einem kurzen zwischenzeitlichen Hoch. Also es sieht, wie gesagt, jetzt nicht wirklich gut aus für den restlichen Tag. Wir können mal ganz kurz hier noch in den 4-Stunden-Chart reingehen, beziehungsweise wir gehen erstmal in den Daily-Chart. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Support-Zonen haben, die noch interessant werden könnten. Auf Tagessicht auch hier diese 1-Stunden-Demand-Zone, die eben runter bis ungefähr 1.238 geht. Aber da fehlt einfach so das Volumen einfach. Ihr seht es hier, absinkendes Volumen, klar. EZB-Sitzung, deutliches Volumen, dann wieder das Abverkaufsvolumen, nicht wirklich bullisch momentan. Es gilt jetzt einfach hier diese Zone zu halten, bricht die, sehen wir wahrscheinlich deutlich, deutlich tiefere Kurse. Und dann gehe ich auch bei Bitcoin, ganz ehrlich, nochmal von tieferen Kursen aus. Das heißt, dass wir vielleicht sogar nochmal ein Lower-Low kriegen. Das könnte sich jetzt übers Wochenende oder in der nächsten Woche dann entscheiden. Mit Weihnachts-Rally sieht es jetzt ein bisschen schlecht aus zumindest. Aber gut, müssen wir einfach mal schauen. Kommen wir noch ganz kurz zu den News. Die ich auch nicht aktualisiert habe. Mann, was ist das heute wieder? Zusammenarbeit von MetaMask und Paypal kam gestern oder vorgestern, glaube ich, auch gute News ran. Also, dass das hier weiter integriert wird. Finde ich gut für die weitere Adoption. Oder Adoption, wie man auch immer dazu sagt. Was Krypto anbelangt mit MetaMask und Paypal. Paypal nutzt jeder Mensch was auf der Welt. Aber gut. Ja, soviel dazu. Link müsste mittlerweile in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten hören wir uns später nochmal zu XRP und IOTA. Ist wieder Zeit. Zwei Wochen sind vergangen. Deswegen später oder heute Nachmittag dann XRP und IOTA. Chart-Analyse. Freue ich mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen guten Start ins Wochenende. Lasst euch jetzt nicht zu viel beeinflussen. Versucht jetzt nicht unbedingt noch in irgendwelche Positionen reinzuhüpfen. Jetzt kurz vor dem Wochenende. Ist nicht sonderlich wünschenswert. Gut. Dann war es das von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen. Abo da lassen. Glocke aktivieren. Telegram-Gruppe kommen. Das sind die Aufgaben für heute. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto. Aber da das sind ja nichts. Bis dahin. Bis dahin.